Köln Hübsch Schwer Gucken wir uns doch mal diesen Höhlen an Gang hier ein Gang hier ein Auch nicht schlecht Gucken wir uns den Höhlengang ein Ohne Leer Ohne Leer Ohne Leer Ohne Leer Naja die haben eine nationale Pleite hier Und das gibt hier den Krieg Kugel, 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 Kugel Die totale Goblin Ausrotten Bums 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 Gucken wir uns schon ein gewöhnlicher Kurzbogen Ein legendärer gewöhnlicher Kurzbogen Jetzt schon legendäre Waffen و So wie ein bisschen früh Naja egal Au! Weh, du Arsch! So. BAMS! BAMS! In your face! Und du bist wieder blüht! Das will ich gar nicht, dass du wieder blüht bist! Du scheiß Arsch! Lass ihn gefälligst tot! Ein weiterer Gegenstand! Der Fettfang... ...für meine Samt... Sehr gut Kraut. Komische Krautgemische, worus wir uns dann später Hanfblättchen drehen können. Oder was weiß ich, was wir uns daraus machen würden. Schönen Kräuterkuchen backen, was weiß ich. Aufgeschissen. Bums! Jawoll! Und der Goblin jetzt tot. Perfekto. Perfektamente. Was haben wir denn da? Noch ein Goblinviech. Und wieder tot. So. Und hier haben wir noch eine Urne. Da ist was drin, da ist Saft drin. Hm, lecker. Saft. Lecker, lecker. Ich will gar nicht wissen, was für ein Saft. Naja, egal. Geht nicht auf. Da brauchen wir nicht rein. Hopps, 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 hopps. Super. Die Tür, die verschlossen ist. Naja, egal. drauf geschissen. Oder ganz verbal ausgedrückt, drauf gekackt. Hops. So. die Plattikern, jetzt, stelle wieder mal. Hm, 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 hm. anno sind wir hier wieder mal aus. Dann... gucken wir uns doch mal die alte Höhle an. Die da oben ist. Drachentöter bei der Arbeit speichern. Stufe 7 mittlerweile schon. Es geht schnell. Passt. Ups. Okay. Sorry für die kleine Unterbrechung. Eine Tür. Eine Tür. Eine Tür. Keine Tür. Ein Eisentor, das einfach so aufgeht. So muss das sein. Die Kiste in Leas fassen. Die Kiste in Leas fassen. Bums. Ein paar Skelette. Das könnte nur das Turm sein. Nehmen das. Könnte das nur das Turm sein. Jumbello. Vielleicht bringt das ja noch irgendwas. Kleine Kasten verschlossen. Kann ich gar nicht mehr werden. Das heißt, wir brauchen dann Schlüssel. Hier haben wir eine Tür, die geöffnet werden kann. Hier haben wir Bücheregal, hier haben wir Bücher. Scheiß. Hier haben wir einen Schlüssel in der Badewanne natürlich. Warum auch nicht. Und Handschuhe. Und noch ein paar Sachen und noch ein Buch. Nur ein Schritt. Alles klar. Dann gucken wir uns doch erstmal das Rüstungsteil an. Dann zieh das gleich mal an. Dann zieh das gleich mal an. Das garantiert besser sein wird. Naja, Nahkampfauswert. Und das Fernkampf, Willenskraft. Naja. Gut. Jetzt ziehen wir erstmal das an, bis wir was anderes gefunden haben. So. Und jetzt gucken wir uns doch mal. Das, äh, Geschichte des Verdammten. Teil 1. Die menschliche Güte hielt deine Hand zurück. Schließlich war das nur ein Kind, das da auf dem blutigen Altar lag. Es ahnte nichts von dem zögernden Dolch, der kurz davor war, sich in seinem Herz zu bohren. Ja, es war Mitleid, das dich innehalten ließ. Doch mein Freund, wenn du gewusst hättest, was alles vorfallen würde, wärst du dann in der Lage gewesen, die Klinge niederzustoßen. Wäre dein Herz so kalt und hart gewesen, so sprach Zalandor bei der Beerdigung des Göttlichen. Und tatsächlich war das der Beginn der Geschichte des verfluchten Damian. Der schwarze Ring verpflanzte die Essenz des Verdammten in einen kleinen menschlichen Körper, damit dieser Teufel erneut auf die Welt gelang und alles und jeden erobern könnte. Auch Mittelwortwahl. Der Unhold, der diesen schrecklichen Plan ausgeheckt hatte, wurde kurz nach der Vollendung des Mutuals durch den Göttlichen niedergestreckt. Der schwarze Ring hätte da schon ausgelöscht werden können, aber es sollte nicht sein. Der göttliche Teil unseres großen Helden konnte das. Konnte das? Konnte das? Wir wollen umblättern? Wir wollen stylisch umblättern, jetzt stell ich mich so an. Uralte Böse ausschalten, aber der menschliche Teil in ihm... Oh! Komm her hier du! Seid blöd! Aber der menschliche Teil in ihm brachte es nicht übers Herz, ein neugeborenes Kind zu töten. Interessant! Also das heißt, deswegen ist Damian noch am Leben. ... ...000-Jum-Ball-Lock drücken. Um kurz so benutzen. Ein Jum-Ball-Lock drücken. Ein Jum-Ball-Lock drücken. Um kurz so benutzen. Soll ich das benutzen? Naja, egal. Hier sind ganz viele Dinge. Krankes Zeug. Richtig krankes Zeug. Da ist jemand. Was ist das? Hey, wer seid ihr? Ich meine, willkommen. Ich... Vergebt mir. Hier tauchen nicht oft Besucher auf. Tut mir leid, ich wollte euch nicht erschrecken. Oh, ist schon in Ordnung. Ein bisschen Gesellschaft schadet nicht. Ich bin Naberius, ein angehender Magier, der sich auf die Wiedererweckung der Toten spezialisiert hat. Also ein Nekromant. Nun ja, so könnte man es auch nennen. Ich persönlich mag diese Bezeichnung jedoch nicht allzu sehr. Die Nekromantie wird missverstanden und ist nicht nur ein Werkzeug verrückter Zauberer. Okay. Ich praktiziere diese Kunst auf eine Art und Weise, dass Abenteurer wie ihr davon profitieren können. Ich meine, jeder kann doch einen Gefährtengut gebrauchen, oder? Erklärt mir, was Nekromantie mit Gefährten zu tun hat. Ich meinte damit, dass ich die Lehre der Nekromantie, der ich mich verschrieben habe, mit der Erschaffung von Kreaturen befasst. Wir nehmen die Gliedmaßen verschiedener toter Wesen und fügen sie zusammen, um dadurch den perfekten Gefährten zu erschaffen. Klingt gut, wo muss ich unterschreiben? Natürlich gibt es da immer ein kleines Problem. Ich kann die von mir erschaffenen Kreaturen einfach nicht unter Kontrolle halten. Sie sind wild und unberechenbar. Vier Experimente sind mir bis jetzt geglückt. Aber alle vier Kreaturen sind irgendwo hin in Richtung Süden gelaufen. Ich weiß einfach nicht, was ich falsch mache oder wo diese ungehorsamen Kreaturen hinlaufen. Solltet ihr etwas herausfinden, lasst es mich wissen, ja. Lasst es eine Kreatur erschaffen. Ich zeige euch, wie ich arbeite. Aber ich werde diese Kreatur nicht freilassen. Sie würde auch nur weglaufen. Okay. Wir haben, glaube ich, nicht das, was wir haben sollen. Wie finden wir hier ein paar Sachen? Egal, reden wir mal. Seid gegrüßt, Drachentöter! Runkmann hat mir erzählt, dass ihr viel über Lovis wisst. Hat er das? Ich weiß nicht wirklich viel. Sein Leben war geheimnisumwoben und er starb schon vor langer Zeit. Ihr habt sicherlich von seinen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld gehört. Das ist allgemein bekannt. Ich weiß jedoch ein bisschen mehr. Zum Beispiel, obwohl er eigentlich seinem Meister, Maxos, dem Drachenmagier, dienen musste, zeigte er seinen Gehorsam nur gegenüber Uoroboros, dem Drachengott. Und ich glaube, niemand weiß noch, dass der Dämon Baales war, der dieses Tal brandschatzte, was zu seinem endgültigen Niedergang führte. Wer ist dieser von euch erwähnte Maxos? Möglicherweise war er der mächtigste Magier, den es jemals gab. Und er wurde von den Alpen, den Drachen, begünstigt. Einige Drachenritter dienten ihm wegen seiner unübertroffenen Macht. Lovis war wohl einer von ihnen. Im Tal steht ein Tempel, der einzig und allein Maxos zu Ehren erbaut wurde. Seine Gefolgsleute lebten dort genauso wie die angehenden Drachenritter. Hunderte Jahre ist es nun her, dass er eines Tages verschwand und man nie wieder etwas von ihm hörte. Der Tempel ist verschlossen und geriet größtenteils in Vergessenheit. Wie ist es dazu gekommen, dass er für die Widerung der Toten interessiert? Es war nicht die Faszination für das Grauen, sondern für das Leben. Der Sieg des Lebens über den Tod. Erst nach dem Studium der Nekromantie wurde mir klar, dass die meisten Interessierten dieses Wissen nur aus krankem Eigeninteresse anwenden. Wofür es so berüchtigt ist. Dennoch war ich immer noch davon überzeugt, dass die Erschaffung von Kreaturen mit Würde vollzogen werden könne. Weswegen ich nur unter diesen Gesichtspunkten praktiziere. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Ja. Gut, dann ist es ja nicht weiter schlimm. Was er hier macht, ist ja dann eigentlich relativ okay. The Eye of the Tiger Haben wir gerade in einer Truhe gefunden. Oh mein Gott, ist das geil. So, dann geht's jetzt nicht mal wieder raus. Wir haben ja sowieso nicht genug Material in dem Moment, um etwas erschaffen zu können. Von daher geht's raus. Ins Trümmer-Tal. Ins Trümmer-Tal. Mal hingucken, was fehlt da noch. Bessere Jäger, sollten da Großwilder ausschweigen, auf den Jagdbanditen machen Bewohner. Den Tod auf den Fersen. Die sollen ihr Meister verschaffen. Alltag. Und wenn ich den Turm von Lord Lobos ankomme, Man hat ihn verpackt nur noch nicht. Was fällt wo hin? Okay, wenn ich den Turm von Lord Lobos erkomme, dann bin ich an der Verkaufung. Turm von Lord Lohm, was soll der denn sein? Dann porten wir uns mal zurück ins Dorf. Das hier scheint ja die Mine zu sein. Er meinte links... Links der Mine. Vielleicht sollen wir auch schon zu Ludwig gehen und dem das da erzählen. Das kann natürlich auch gut sein. Wie ist euer Verhältnis zu den Einheimischen? Offensichtlich gefällt es ihnen gar nicht, dass wir ihre Vorräte konfiszieren. Was führt euch zurück in die Kaserne? Dann kommen wir euch mitzuteilen, dass Bauer Karl tot ist. Was? Wie ist das passiert? Ich musste mich leider gegen ihn zur Wehr setzen. Ihr habt ihn getötet? Aber warum? Lest das Hauptmann. Bauer Karls Tagebuch. Aber... Einen göttlichen... Karl... Ein Mörder? Das sind in der Tat schlimme Neuigkeiten. Aber die Gerechtigkeit hat gesiegt. Es wäre jedoch besser gewesen, wenn ihr erst zu mir gekommen wärt. Was führt euch zurück in die Kaserne? Ich habe Him-Jam-Na getötet. Hier ist ein Mörder. Gut gemacht. Hier ist eure Belohnung, Drachen. Denkt dran, dass es mehr Geld gibt, wenn ihr die anderen Banditen ebenfalls erlicken... Was?